Setz dich in entspannte Haltung auf einen Stuhl, beide Füße nebeneinander. Halte den Rücken gerade, die Hände legst du auf die Oberschenkel mit der Innenfläche nach oben, um alles Gute aufzufangen. Atme jetzt dreimal tief ein und aus. Mit jedem Ausatmen entspannt sich dein Körper immer mehr und mehr. Lasse den Atem jetzt einfach fließen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit auf deine Bauchdecke, dein Solaplexus. Stell dir vor, wie du über dein Solaplexus tief ein- und ausatmest. Mit jedem Ein- und Ausatmen konzentrierst du dich auf deine Bauchdecke. Um deinen Verstand, deinen Denker in dir zu beschäftigen, sagst du dir im Geiste bei jedem Einatmen, ein- und bei jedem Ausatmen, aus- Ein- und 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 Ausatmen, aus- erreichen dort jetzt eine riesengroße Goldader. Sie beinhaltet die Fülle und den Reichtum der Mutter Erde, der auch für dich bestimmt ist. Nun stell dir vor, wie in dieser Goldader helles Licht entsteht, das durch deine Wurzeln zu dir in deinen Körper fließt. Nehme wahr, wie das Licht nun deine Füße erreicht, in deine Beine strömt und sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. Es fließt in deine Arme und erreicht schließlich auch deinen Kopf. Dein ganzer Körper ist nun mit diesem Licht erfüllt. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit auf deinen Scheitel, dein Kronenchakra und lasse eine Lichtsäule ins Universum wachsen. Diese Lichtsäule verbindet dich mit allem Positiven, was ist. Auch diese kosmische Energie des Universums fließt durch die Lichtsäule hinab in deinen Körper. Spüre, wie die Energie deinen Körper durchströmt. Du bist fest verankert mit der Mutter Erde und mit dem Universum. Du bist verbunden mit allem, was ist. Und du bist gleichzeitig auch in deiner Mitte bei deinem wahren Selbst. Erspüre die Kraft in dir, die du jetzt bekommen hast, um dein Leben hier auf der Erde positiv und erfüllt leben zu können. Verweile in dieser Kraft. Komme nun langsam wieder zurück ins Tagesbewusstsein. Nehme wieder den Raum wahr, in dem du dich befindest. Den Stuhl, auf dem du sitzt. Öffne wieder deine Augen. Du bist jetzt erfrischt, entspannt und voller guter Energie. und du bist jetzt freundlich. Deine Straße sind wirr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020